Hallo und herzlich willkommen zurück zu Moon Quest mit dem Simon und der Chico. Oh, plötzlich Stille hier. Oh, voll scary, Mann. Ja. Ich hab mich schon voll an... Fröhlich am zweiten Weihnachtsmannertag. Ja, ebenso. Ja, ganz genau. Ich hab mich schon voll an diese Gruselsache gewöhnt. Und jetzt hört die einfach auf und dann wird's noch gruseliger. Ja, im Stil, juhu. Ja, das haben wir doch auch mal, ne? Ja. Aber gut, daraus können wir ja dann... Daraus können wir bloß in meinen Ofen werfen. Genau, richtig. Ach, hast du noch das, ähm, das, das Power, das, das, die, die gelbe Kohle? Ja, die habe ich jetzt wieder. Kannst du mir mal zugreifen? Ja. So. Achso, die hast du mir mal reingetan? Ja. Woher? Warte. Ich hab, ja. Du brauchst vier? Ähm. Oder will ich einfach mal die Urchen wieder befeuern? Ja, wobei, das mit dem Basalt lassen wir, glaub ich, erstmal sein. Ah. Hä? So und so. Oh Gott, wir brauchen... Oh, wir brauchen neue Kiste. Ähm. Ähm. Habe ich nicht noch? Ne. So viel Zeugs... Ne, hab ich nicht. Zeugs... Ich glaube, ich baue mir immer eine Ebenel-Eisen-Spitzhacke. Wo, wo haben wir denn das Iron? Haben wir das draußen? Da dürfte noch ganz viel drin sein, ja. Ah, ja. Also... Iron... Ich glaub, jetzt sollten wir aber nochmal ein bisschen Iron einschmelzen. Wenn... Stimmt. Haben wir hier noch was rumfliegen? Hast du noch? Ich hab noch... Ja. Ja. Okay, gut. Du schlägst immer noch ein. Ja, 21. Also da geht noch ein bisschen mehr, wenn du noch hast. Mhm. Ich hab... ein bisschen Gold. Oh. Okay. So. Was wollte ich denn jetzt? Denk, denk. Denk, denk. Ach, da hab ich ja eine Spitzhacke bauen. Ha. Iron, Iron. Ah, da hab ich auch noch Iron. Oh, da hab ich ja doch noch ein bisschen Iron. Was denn? Kann man aus den, kann man aus den, eigentlich Blöcke bauen, aus den letzten Dinger? Ne. Ah, doch. Das geht. So. Dann tue ich da noch ein bisschen. Einfach nur eine Spitzke. Ähm. So. Jo. Jo. Ähm. Dann lapis haben wir auch schon ein bisschen da. Ich tue meist ein bisschen aus. Was sortieren bei mir Monster Drops. Mhm. Gunpowder gehört auch zu Monster Drops, ne? So vom Ding her. Das komische Spinnenauge. Ich hab noch 26 von den Enriched Alliance. Und ein bisschen Kabel hab ich auch noch da. So. Hm. Raw Silicon. Hm. Wo haben wir den Holz? Holz? Ne. Eigentlich schon hier. Ja. Doch. Ah. Da haben wir auch noch ein bisschen Wolle. Beim Holz. Haben wir die Wolle drin. Wie kommt das denn? Weiß auch nicht. Ja. Ähm. Monster Drops. Hm. Wo tue ich denn Josh die Wolle hin? Monster Drops würde ich sagen. Natürlich viel Strings. Das finde ich gut. Ja. Achja. Was war denn Flint? Hm. Flint? Äh. Stein vielleicht? Ach so was. Ich hab noch keine Ahnung. Tu rein wo du möchtest. Ja. Du musst da rein. Hmhm. 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 So. Ich mach nämlich jetzt mal hier. Einen. Und hier noch. Gang? Mit. Wir haben ja ein Minecraft hier drin. Achso. Das war in irgendeiner Höhle. Achso. Hm. Ich mach mal eben hier ein bisschen aufräumen. Hier sieht's aus wie bei Hemdpilz unterm Sofa. Ja. Ja. Maschinen und Teile. Naja. Doch. So. So. Und period hab ich hier auch noch. Und fuck. So. Wo tun wir denn die Mechanismenteile hin? Ja. Sollen wir da eine extra Kiste machen? Weil ich denke wir finden dann da ganz schnell. Oder sollen wir das da oben in Maschinen und Teile rein? Erstmal noch mit rein tun. Okay. Also grad die zwei. Dann müssen wir uns noch irgendwie ausdenken. M.A. So. Ja stimmt. Alles. Aber dafür brauchen wir noch ganz 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 viel Quarz. Ne. Und hier gibt's kein M.A. Achso. Stimmt. Stimmt. Ach verdammt. Das war doch hier. Mist. No. Oder? Ja. Nee. Haben wir nicht. Na ja. Passt. Hm. 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 Also ein Flur. Damit wir hier mal so bisschen so was abteilen können. Damit es nicht so ganz riesig einsam kommt. Das finde ich gut. Ja. Toll. Hm. So. Ich mach das da. Ja. 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 Was war das letzte Mal? Äh. 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 Gute Frage. Äh. Ah hier. Ja. So eine Basic Energy. Genau. Und dann war das hier das Osmium Ingot. Aber das Steel Ingot. Aber das haben wir doch jetzt eigentlich beides. Stimmt. erreicht. In dem Fall. Haben wir auch noch. Haben wir noch Osmium? Ja. In der Osmium Kiste. Nein. In der Metall Kiste. Nein. In der Osmium. Ach genau. Was wir als nächstes bauen. Äh. Ist vor allem ein ähm. Osmium. Kompressor. Ups. Nein. Ah. Ich bin auch im Creative Warum. Oh. Da 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 da. So. Was ist hier gebaut? Hat keiner gesehen. So. Drei. Vier. Osmium Kompressor bitte. Weil. Mit dem. Können wir nämlich. Obwohl das das überhaupt gewesen hat. Mal kurz. Moment. Soll ich mal so ne. So ne chillige. Einfache. Ähm. Weiche Einheit bauen. Ja doch. Wäre glaube ich ganz gut. Danach. Müssen wir ganz dringend. So ne. So ne. So ne grüne Basic Energy. Wahrscheinlich ist das die einfachste. Gehe ich mal davon aus. Ja. Auch die günstigste. Äh. Ja genau. Und dafür brauche ich dann noch zwei von denen. Und dafür brauche ich noch ein bisschen Gold. Und Redstone. Haben wir noch Gold schon fertig? Goldhammer. Das Hammer. Redstone Hammer. Ich glaub das war alles. Brrrr. Das war's noch gleich gewesen. Oh. Ich hasse das. Wenn ich ständig Sachen vergesse. Ich hasse es zu vergessen. Und. Ach. Das geht hier ja gar nicht. Ich meine Mädchen stehen gewöhnt. Überlass. Ganz schnell linkern was es noch gleich war. Linkern. Oh ja. Linkern. 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 Ah. 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 So. Und dann war das so. Mhm. Ja. Ah. Wir brauchen einen Enrichment Chamber. Enrichment. 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 Chamber. Ah ja. Wie so ein Steel Casing. Zwei Control Circuits. Und vier Enriched Alloys. Weil das ist nämlich quasi der. Der. Der Messerator. Das Mechanism. So. Wurde ich die Batterie hin klatschen? Hier unten rein oder? Direkt an. Direkt an das Loch. Aufs Loch. Genau. Hier oben. Jetzt wofreisch. Ja. Jo. So. Und die? Füllt die sich jetzt? Die füllt sich jetzt. Jo. Alter. Alter. Da sieht das geil aus. Was hab ich im Plus und Minus? Irgendwas rein und raus. Äh. Aber. Aber irgendwie sieht die bisschen leer aus. Achso. Plus ist. Kannst du Batterien zum Beispiel leer machen oder füllen. Je nachdem. Cool. Also das heißt. Oh guck mal. Sieht voll stylisch aus da drin. Ja man. Voll die Datenmenge wo da gespeichert wird. Voll cool. Ähm. Enriched Chamber. Jo. Enrichment. Enriched. Enrichment Chamber. Hat das irgendeinen Sinn dass das eine Seite hier eine andere Textur hat? Ist das der Output oder? Wahrscheinlich. Ah. Ist das die Frage. Tut das Ding hier jetzt noch aktuell? Hm. Ich kann's leider nicht. Nicht checken. Dann warten wir einfach ab und müssen bei Gelegenheit ähm noch ein Kabel dranhauen. Ja mehr mehr. Vielleicht. So. Ich spring da eh mal drüber. Das ist voll sinnlos. Ja es wird noch höher. Keine Sorge. Oh. Bald kannst du nicht mehr drüber springen. Da 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 da. Da 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 da. Okay. Geh weg. Geh weg. Ja. Ja. Tschüss. Oh Gott. Oh diese brachiale Gewalt. Ja. Mir gegenüber. Ja. So. Und jetzt äh. Da hat man gar nicht mehr ein Crafting Table richtig hin. Ach ja. Basic Factory. Cool. Ah ja. Okay. Die haben dann auch so ihre Stufen ne? Mhm. Mua, na 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 na. Ach die Kiste steht noch, ne? Was wolltest du grad bauen? Enrichment Chamber. Ja, Enrichment, wo find ich das? Auch eben ein Mechanismus? Mechanism, ja. Das ist so ein, nach der Elite Factory, der erste Block. Ja, ich habe ihn. Okay, und der hier? Noch mal ein Steel Casing, alles klar. Noch mal ein Steel Casing. Dann fehlt uns leider etwas Steel. Ein Album. Du kannst ja gleich testen, ob es funktioniert mit dem Anschluss. Genau, wenn ich gerade dabei ist. So und so. Oh, es macht zumindest was. Wo zähle ich denn, wie viel Strom er aktuell hat? Rechts die grüne Weiße, genau. Oh ja, gut, okay, it's not working. So wie es aussieht hier. Oh, oder? Mal gucken. Also es geht runter, aber es fühlt sich nicht mehr. Nee, dann reicht es nicht. Dann müssen wir hier vorne noch ein Kabel dran klatschen. Oh, ich habe noch Kabel. Nee, wo habe ich denn die Kabel hin? Warte mal, das Ding können wir jetzt wieder wegbauen. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. Das ist sowieso blöd. Das kann ich höchstens mal hier oben drauf klatschen und dann... Aber... ja. Achso, ja. Zur Not. Ach, keine Ahnung, ich stelle es einfach hin. Wir brauchen es gar nicht mehr, aber besser als es irgendwann in der Kiste rumgammeln zu haben. Na, stelle ich zwingend cool aus. Ja, total. Jetzt einfach vorne verbinden, würde ich sagen, genau. So. Ja, hat funktioniert. Das würde... würde funktionieren. Ich mache mal noch ein bisschen, weil ich denke, das brauchen wir noch öfters. Sicher, dass es funktioniert? Ist schon wieder voll? Nein, nein, passt, passt. Ja, passt, passt, passt. Kommt. Oh, nein, oh, nein. Oh, verdammt. Oh, shit. What? Ah, ich habe viel zu viel Kohle da reingejagt, aber gut, okay. Aber wir brauchen halt noch so ein Teil. Mein Gott, was? Was sonst? Wir haben es ja. Mein Gott, wir sind reich. Was macht eigentlich die Corrie? Ah, die macht leider gar nichts, weil die gar keine Energie kriegt. Tja, dann müssen wir uns da demnächst auch mal drum kümmern, aber... Ja, schon. Ja. Hier. Ach, genau, Osmium. Aber das Osmium geht ganz schön schnell weg, ne? Merklich so. Deswegen brauchen wir den Enrichment-Termal, damit wir das verdoppeln können. Ja, okay, alles klar. Ja, dann gehe ich nochmal sparsam damit um. Ja, das wäre gut. So, hier. Dann haben wir vier Steals, ein Osmium. Dann kriege ich nochmal dieses Frame. Oh, da bist du gerade auch am bauen. Kann ich die... Was du kannst, warte, ich mache. Oder Cush Cush. Ja, okay, alles klar. Hier links daneben ist übrigens auch noch ein Crafting-Table, aber einer ohne Füße. Der hier, ne? Ah, ja, okay, alles klar. Okay. Das sieht cool aus. Das sieht voll aus wie gepackte Kisten, so übereinander gestapelt. Das ist voll toll. Voll toll. Ich bin aber noch ein bisschen begeistert von meinen eigenen Texturen. Das tut mir leid. Ach, du, lass dich voll... Ich bin so stolz, dass ich das alles umgebastelt habe. Ey, das war so ein Arsch voll Arbeit. Da darf man auch ein bisschen stolz sein. Na, definitiv. Nein, ich habe das Redstone vergessen. Geh mal her. So. Übrigens, die Kisten, die hier gestapelt sind, das werden jetzt so Cobblestone, Dirt und Arschkisten. Und Arschkisten, alles klar. Ja, ein bisschen Warterein hat. Ich weiß. Äh, zwei von denen. So, Enrichment Chamber. Dann vier von denen. Redstone und das Ding da in der Mitte. Ja, da habe ich das ja eigentlich schon, ne? So, so. Und dann bauen wir da mal noch ein bisschen um. Obala, das war zu viel. Äh, so war das. Dann so. Und das Teide in der Mitte. Und wir haben ein Enrichment Chamber. Ist auch der Strom? Ja, natürlich. Äh, okay. Alles klar. Das heißt, boah, das sieht irgendwie doof aus mit dem Kabel fahren da dran. Mir gefällt das nicht. Kann ich das Kabel nicht hinten rumlegen? Ähm, du kannst auch. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn du das Ding jetzt abbaust. Ist das Problem. Also, die, die, die Energy-Dingsbums. Äh, warte mal. Gibt es da nicht ein Tool, mit dem man das Ding drehen kann? Äh, Tool. Naja, irgendwas muss es ja geben, oder? Ähm. Konfigurator, was ist das? Äh. So, Store Energy, Voltage. State, Monty. Heißt Konfigurator. Hoch. Sieht voll nach einem Konfigurator aus. Hoch. Äh. Weißt du was? Ich, ich schiebe mir dann fix hin und dann probiere ich das aus. Und dann schmeiße ich ihn wieder weg. Okay. Die Mode. Dann ein voller Konfigurator. Und dann nehme ich dann mal und mache hier einfach mal ein. Oh ja, das, ja, ja, definitiv. Dann bau den mal bitte. So, okay, alles klar. Und direkt mal wieder in den Mülleimer damit. So. Oh, nee, warte, wie war der jetzt hier? Äh, schmecke. Ne, kü, 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 ah, ne. Tja. So, hier, konnte... Oh, jetzt habe ich mir ihn schon wieder gegeben. Danke, Leo. Wie liegen wir denn zeitlich? Zeitlich liegen wir noch ein paar Minütchen. Ratsby Mode. Perfekt. Ein Stick, ein Energy Tablet und ein Lappes Lazzuli. Der war das da, Gold und Dingsterbums. Da habe ich ein Starcard. 1, 2, 3, aber ich habe die EZT langsam schon. So, Kai, dann. Hab ich? Ja, so, und wo war er jetzt hier? Zweifel, denn? Oh, das kann man jetzt ziehen. Mach mal an. Sticks haben wir doch noch eins, gell? Ja, da haben wir ein Stick und ein Lappes. So. Dann mache ich jetzt mal... Äh, das hier und zwei von denen. So, jetzt habe ich einen Configurator und jetzt ist nur die Frage, wie kriege ich denn geladen? Kriege ich denn da in der Batterie geladen? Garantiert. Oh, nee, der funktioniert auch ohne Batterie. Achso, okay, gut. Lol. Warte mal, funktioniert alles ohne Batterie? Nee, das funktioniert nicht alles. Okay, aber dann mache ich den Output oben raus. Und dann mache ich den, ja, oder unten, ja, oder unten raus. Neh, mach oben, soll das Kabel oben rumlaufen. Okay. Dann tu den da links nebenstellen. Ähm, ah ja, hier. So, dann einmal hier, Tab. Genau. Und das da, Tab, genau. Und dann einmal so, so. Und dann tun wir den hier hier hin. Und jetzt habe ich leider kein Kabel mehr. Haben wir noch Kabel übrig? Wir haben eine ganz viel Wolle, ist das mal aufgefallen? Echt? Wir haben, äh, warte, was habe ich es hingetan? Äh. Hast du geholt, oder wo kommt die her? Nee, warte, die war in irgendeiner Kiste ganz versteckt. Da, 54 Wolle. Oha. Ich glaube, die war in der, in der, in der Steinkiste oder so. Warum auch immer. Oh krass, okay. Ähm, vielleicht habe ich die mal da reingestoppt. Komm gut, dann. Geschoppt. Ähm, sollte ich jetzt einfach das Osnium nochmal durch, durch diesen Chamber jagen? Genau. Okay. Da, 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 da. Der nächste, der komische Geräusche macht irgendwie. Ja, die machen echt alle eigenartig coole Geräusche, muss ich sagen. Ja, aber ich finde es toll. Ich glaube, ich werde die Texturen davon auch nicht ändern. Die sind nämlich schon cool irgendwie. Ja. Also von dem Cube vielleicht. Die könnten ein bisschen, ein bisschen höher aufgelöst sein. Ja, ein bisschen. Aber bevor ich das mache, mache ich die bei den anderen. Diese hier zum Beispiel, die sind nämlich voll scheiße aus von Bugcraft. Welche? Achso, ja, extrem. Die sehen so hässlich aus, das ist der Wahnsinn. Ja, ja. Ich weiß nicht, so zum Goldofen möchte ich am Block, whatever. Keine Ahnung. Wie angemalt irgendwie in den, ja, nee, hoch. Das ist halt schon. Ja. Okay, und dann einfach wieder in den Ofen rein, oder? Mit dem Osnium rein mit. Genau. Ah, dicke, dicke Geschichte. Jo, so warm. Cool. Ich... Ich... Hast du mir ein bisschen... Na, wo ist denn, wo ist denn? Dirt drin? Kann... Ich habe deine unbeschrifteten Kisten, komme ich noch nicht so ganz klar. Habe ich so wenig Dirt, echt jetzt? Ja. Oh, krass. Ich kann mal bei der Curry gucken, aber gut, das braucht man ja gerade eigentlich eh nicht. Mal Eisen, Gold und Aluminium. Jo. Das ist immer so schwierig. Ich habe letztens in einer Singleplayer-Map einen ganz blöden Fehler gemacht. Ich habe eine Handvoll verschiedener Erze in den Ofen geworfen. Und hinterher habe ich alles das rausgekriegt, so dieses Aluminium-Brass und so einen Scheiß, den ich gar nicht haben wollte, weil es sich ja vermischt hat. Das war echt kacke gewesen. Deswegen muss ich jetzt gerne so aufpassen, was ich da zusammen reinschmeiße. Mhm. Achso, hier bei, bei, ja, im Tinkers-Construct. Definitiv. So, wow, der Speicher-Cube sieht echt cool aus. Aber der läuft gerade nicht wirklich voll. Achso, weil die Maschine läuft. Ja, ja, ja. Okay. Aber so, es läuft. Ja, es läuft. So, diese Windmüll macht echt eine Menge Strom. Ah, ja, okay, ja, doch. Und das kann man auch laden an dem Ding, dieses, diesen Configurator. Wunderbar. Yay. Date, modify, aha, okay. Das macht Spaß. Ja, irgendwie hat der noch andere States, ne? Ja, total. Achso, das für ein Ding. Okay, und was macht hier klick, klick, klick bei mir? Aber ich weiß nicht, was. Na ja. Ach, hey. So. So, die kann ich mal. Äh, ha. Ha. Könnten wir, können, ja, 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 ja. Die Dorfbewohner. Ha. 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 So. Ha. Hör mich ja gleich mal wieder ein bisschen auf. Ach, du hast das jetzt da oben. reingetan. Halt ich das da unten. Dann tun wir das hier oben rein. So. In die Nase juckt. Stelle merken. Hm. Ja. Okay. Könnten mal schlafen, weil es ist Nacht. Okay. Dann könnte ich überlegen. Ah, oh. So hab ich grad gedacht. Oh, ich, ich back wieder. Können wir jetzt mal Schluss machen? Oh, das könnte man natürlich auch machen. Leg dich hin, verdammt. Ja, ich lieg doch. Es ist doch da, Kerl. Ei, ei, ei. Mann. Ja. Ja. Oh, Mann. Ich brauch jetzt endlich mal einen anderen Hut. Hey, die Kone geht mir ja langsam echt auf den... Ich mag meinen Pikachu immer noch. Auf der Decke. Ja, dann find ich auch cool. Guck hier, denn da hab ich vorher bekommen. Sieht jetzt aus wie so ein Space Cowboy, whatever. Oder wie so ein blauer Haar, so ohne Augen. Ja, genau. Oh, herrlich. Dann mal bis zum nächsten Mal. Bye. Bye. Ciao, ciao. 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 Vielen Dank.